Liegt das Schiff natürlich wieder an der anderen Seite, der hier ist auch. So, und heute wollen wir irgendeine andere Story spielen. Wie startet man denn die anderen Storys? Ja, indem man da zu dieser Schiffbrüche hingeht. Aber gucken wir mal da hinten, was ist denn das für komischer Wirbel? Keine Ahnung. Der sieht anders aus als normal. Ja, sieht nicht so rot aus. Wie normal. Wollen wir doch erstmal hier in der normalen Welt rumfahren. Wollen wir machen. Ich würde erstmal sagen, ich kauf ne Kiste. Kaufst ne Kiste? Wir sind neulich schon mal einfach losgefahren und hatten eine direkt gefunden. Können wir auch machen, ne? Gut Glück. Hallo, wir sind Piraten. Ja, die haben sich ja null vorbereitet. Ja, alles auf gut Glück. Ja, fahr schon mal los. Das ist mir nochmal ein bisschen zu fleißig, was ich looten kann. Ich weiß ja nicht, wie du das findest. Ich bin ja hier den Auspost jetzt ein bisschen überbaut, hier ehrlich gesagt. Zu viel einfach. Ja, es hat mir irgendwie früher besser gefallen. Na, ist halt ne richtige Stadt jetzt, ne? Ja. Also du teleportierst du einfach hinterher, ne? Ja. Gibt's ja verstanden. Ich hoffe, das funktioniert noch. Und sind wir uns sicher, dass das so ein Strudel ist oder ist das einfach ein Tornado? Ich hab keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was es ist. Hast du die Monkey Island Figuren aufgestellt? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich bin Florian, der könnte auch mal wieder mitfahren, hier. Ja. Könnten alle, alle wieder mitfahren eigentlich. Florian, der weiß noch, nur noch Payday. Das ist noch gar nicht draußen. Ja, für dich. Hätten wir eigentlich noch ne Flagge hissen sollen? Noch ne Flagge. Ne, unter der, wir fahren ja nicht. Ach so, du meinst hier... Ja, für irgendeine Fraktion fahren. Och, keine Ahnung. Können wir doch woanders noch holen. Ja, wir kriegen halt dann... Das ist kein XP, aber das ist auf ne Insel, ne? Da vorne, das ist nicht auf dem Wasser. Ja. Das ist dann... Das ist kein Schiff. Ja. Ich könnte mich eigentlich mal da rüberschießen. Ach da. Und looten lassen. Da vorne sind Schiffe unterwegs, oder? Wie komme ich aus der Kanone wieder raus? Ja, da vorne sind Geisterschiffe unterwegs bei dem Strudel. Okay. Haben wir dafür genug Kanonenkugeln? Ne. Das sind vier große Geisterschiffe. Hm. Lass mal da vorne die kleine Insel ansteuern. Ja. Noch mal gucken, was wir da kriegen. Dann könnten wir ja noch mal ein paar Kugeln hier. Wenn ich... Hier, das ist doch Kanon Island, das Ding da hier drüben rechts. Die roten Schädel ist das? Ach ne. Ja, da rechts. Sind die... Also die Geisterschiffe haben bestimmt was mit dem Strudel zu tun, oder? Fünf Stück, ja. Da ist aber doch schon dieses... Es sind sechs Stück... Diese... Dingsbums-Schiff da mit dabei. Das Boss-Schiff. Ja, genau. Mit dem roten Schitter in den Segel. Hm. Hier liegt was vor dem Wasser. Ja, jetzt bräuchten wir natürlich ne... Da ist keine Kiste dabei, oder? Ne. Da sind 15 Blöcken. Ich kann ja schnell mit ausholen. Ja. Beim Holz natürlich auch gut. Ah, Kanogeln, Kugeln, 18 Stück. Noch da? Was? Ist das Fass noch da? Da war eigentlich noch eins. Hörst du nicht, vielleicht war das der? Ne, ich hab noch eins angeschossen. Da waren nochmal 13 Kanonenkugeln drinne. Noch eine drinne in dem Fass? Aber ich glaube mit 100 kommen wir trotzdem nicht weit, oder? Ne. Ja, wir haben auch ein bisschen wenig Muni. Ja. Ist eine noch drinne? Wir haben jetzt 113 Kugeln. Na, theoretisch, was braucht man für ein Geisterschiff? Drei Kugeln hat man immer gebraucht, oder? Ja, wenn man trifft, aber... Ja, ich weiß schon. Möglicherweise haben wir auch nur 60 Spretter. Ist jetzt nicht so der Hammer. Aber sonst eigentlich immer so, wie gesagt, 200 Kugeln, bevor wir uns auf so einen Kampf einlassen. Ja. Wir können ja nochmal zu der kleinen Insel fahren und gucken, was da noch so abgeht. Und ansonsten ist da hinten noch so ein Vor, oder? Wo wir vielleicht auch mal vorbeikommen können. Genau. Also, es werden immer mehr Geisterschiffe, kann das sein? Ja, durchaus, deshalb. Da steht schon ein Skelett rum. Oh. Vielleicht haben wir schon das ein oder andere Loch im Rumpf. Ich hab's gehört. Ich guck mal ganz kurz. Ein Brett, zwei Kugeln. Ja, wir haben vielleicht schon ein Brett für ein Loch. Ah, nein. Fällt doch auf, hier das Zeug zu fressen. Hier kommt schon Musik. Nicht so ganz sicher. Oh, ja. Mindestens ein paar Bretter sind hier. Wir haben hier den unteren fast. Da sind auch noch 40 Kanonenkugeln drin. Ja. Das ist wie es ist. Oh, so ein Seesterb ist hier noch. Oh, ja, hier ist noch ein Haufen Holz. Wir haben 160 Kanonenkugeln haben wir jetzt. Oh, da spawnen einfach immer mehr Schiffe, ne? Alter. Das sind auch mittlerweile mehrere gedrohten Segel. Die Frage ist, macht denn schon jemand das Event oder spawnen die alle für uns? Ich seh nix. Wir sollten noch mal zu dem anderen Ding da hin. Hattest du vorne in die anderen Fässer alle abgeklappert? Das Holz hab ich jetzt alles. Hier hinten ist alles leer, ja. Ja, 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 ja. Ich hab die. Weiter. Oh, liegt hier ein Schatz. Ich dachte, der hätte gerade irgendwas geblickt, aber... Das brauchen schon wieder neue Schiffe. Oh, hier liegt ein Schatz, oder? Das ist so eine Figur, oder was? Ne, so eine Schatztruhe. Mit, äh... Wo man was reinträumen kann. Sehr gut. Wollen wir einfach mal auf gut Glück da reinfahren? Wenn die Kanonenkugeln nicht reichen, dann fahren wir halt wieder weg. Oder wollen wir erst mal zu dem Vor da drüben fahren? Können wir auch mal raus. Ich würde erst mal mal zu dem Vor gehen. Wollen wir uns da so bereit? Ich kann mich noch, äh... Erinnern, dass es ziemlich schnell leer war. Das ist jetzt immer das. Ja, ja, ich weiß. Aber das eigentliche Event scheint auf der Insel zu sein, oder? Die Schiffe fahren doch um die Insel rundherum. Ja, aber du wirst die erste Eiler besiegen müssen, bevor du auf die Insel konntest. Keine Ahnung. 100 pro. Oh. Zeug, loot. Gut, eigentlich schwimmen um diese, äh... Dinger, also um die Schiffe ja auch immer noch welche drumherum. Also... So ist ein Fleisch heiß. Ja, auch wenn du diese Schiffe versenkst, oder? Ja. Ich glaube, da haut manchmal so ein bisschen was raus. Hast du schon das nächste Fass? Nee. Oh, 17 Kanonkugeln. Jetzt leer. Das war's, ne? Ja. Ich denke schon. Wir sind schon ziemlich nah dran, ne? An den Schiffen. Ja. Ja, wir müssen hier nach rechts, oder? Ja, ja, da rechts ist diese... Das ist vor. Scheiße, ich muss heute noch eine neue Maus bestellen. Wieso? Die irgendwie hier die Füße so abgenutzt sind mittlerweile bei der anderen, dass die schon auf dem Mars-Pack schleifen. Natürlich nicht so gut. Wo drehst du denn hin? Stehst du nicht am Steuer? Nö. Gut. Gut. Alter. Das schaffst du vorher nicht mehr. Mit den Fersen jetzt erwähnt. Jetzt müssen wir mit dir ein bisschen besteuern irgendwie. Jetzt ist das irre. Vielen Dank. Oh, hier sind lauter Sprengfässer. Ja, weiß ich, ob wir die jetzt wirklich brauchen. Oh, fünf Kanonenkugeln. Nochmal fünf. Essen, Holz. Noch eins. Noch einen Sprengfass. Ich drehe mich schon mal wieder ein bisschen raus. Also losfahren können. Okay. 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 Gut, Fresserei ist hier tonnenweise. Aber weiß nicht, ob wir davon so viel brauchen. Was zurzeit? Essen. Hier ist ein Kanonenkugelfass. Waren aber nur sieben drin. Alles mitnehmen, was keiner. Gute Zeit. Okay, es ist leer. So ist jetzt mal Holz. Aber hier oben nicht immer noch ein Kanonenkugel. Ja, muss man sagen, wo muss man hier noch ein Fass sagen? Was war das? Haufen Essen, ja. Hier unten ist noch Kanonenkugelfass hier bei mir. Hier unten? Hier vier Stück. Naja, hier oben bei mir. Hier sind auch noch Fässer, die... Ja, da ist noch noch Kanonenkugeln drinne. Und Fressen. Da warst du eben mit dem Kanonenkugelfass da. Ja, der ist, glaube ich, leer. So. Das ist mit dem hier hinten. Hier sind noch drei Stück drinne. Hier ist noch. Bei mir. Oh, hier sind auch nochmal sechs Stück drinne. Vier Stück. Ich glaube, ich komme hier nochmal. Ja, wir müssen nochmal kommen. Hier sind auch noch sechs Stück drinne. Was ist denn das für shit? Hier ist auch noch übelst viel drinne. Da ist auch was wieder auf dem Wasser. Rechts von uns. Also rechts vom Schiff aus gesehen. Baselsteuerbordseite. Da drüben sind Vögel. Vielleicht ist da eine Kiste dabei. Wenn es sei, kann ich von dir aus denen. Ich sehe das Loop nicht. Ja, ich sehe es auch nicht. Sag mal, habe ich eigentlich immer noch die Kochklamotten an, oder? Nö. Die kamst wahrscheinlich nur in der Story da, oder? Keine Ahnung. Vielleicht können wir die noch ausmachen. Wieso? Wollte sie die anziehen? Nee, ich wollte sie eigentlich ausziehen, falls ich sie noch anhabe. Okay. Irgendwas ballert doch da drüben, um was zu mir macht. Bestimmt gerade jemand das Event. Ich sehe... Wären wir uns hier noch ausrüsten. Ich sehe, höre nichts. Hier sind noch fünf Kanonenkugeln bei mir. Ach, das ist das Gewitter. Okay. Das ist noch hier. So, es reicht aber jetzt, glaube ich. Ja, wir haben 230 Kanonenkugeln oder so. Dann können wir nochmal da rübergucken, zu dem Treibgut. Ja. Ja. Ich sehe, schon mal. Bis zum nächsten Mal. jetzt wo das treibgut wieder funktioniert das letzte mal nicht funktioniert ja das war aber in der letzten season wo das nicht funktioniert hat oder sogar vorletzt also bin ich schon in season 10 jetzt keine ahnung die verloren sollte wir nicht mehr regelmäßig spielen rechts schriftlich mal wieder frei her rechts vor uns weg oder ist am untergehen ich habe es gerade gesehen ich fühle mich noch da immer noch das problem dass das zeug verschwindet zwar doch noch vor uns ich muss gerade noch hier ich glaube es ist aber runter was er nicht ich glaube die haben das problem immer noch naja dann lass uns mal da rein jetzt sind die vögel weg ich höre sie doch noch verschwunden er ist dann lass uns in das event reinfallen da gucken wir auch unsere kanonkugeln ausweichen das mit davon ist ja auch ein bisschen was die zu schießen oder fahren schießen die da hinten aber auch nix ja man sieht gar nichts da schwimmen vielleicht ist es immer noch verpackt ich das ich 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 warte, nehmen sie eine andere Kanone wo wird er hinterher? das weiß ich nicht die Burning Blade oder die Burning Blade, keine Ahnung von Lone Cove aber wir kommen ja nicht hinterher oder? die rechts von uns hier gleich, nicht die weiter vorne, die können mal reichen das setzen wir uns zwischen die zwei ja ja ja, sprich schon du musst jetzt aber gleich mal anfangen mit schießen ja weiter nach links ja, bin schon dabei die schießen schon auf uns ja eins ist weg ich check mal kurz unten ich versuche mal das Schiff zu reparieren wo das Schiff brennt ja dann brennt das Schiff oh scheiße ich bin drauf, kannst du mich draufheben hoch, 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 hoch hoch, hoch, hoch hoch, hoch auf dem Steuerdeck auf dem Steuerdeck hoch, hoch auf dem trump ist das praktt span die Vielen Dank.